Mein Objekt symbolisiert eine sehr westzentrierte Sicht auf den Freiheitsbegriff, den ich dem Osten gegenüber empfinde. Diese Schokolade habe ich als Schulkind an die sogenannten Flüchtlinge aus der Prager Botschaft so hoch in die Zugfenster gereicht. Später bin ich zum Studium nach Jena und habe eine sehr offene und wirklich eine sehr freie Zeit dort erlebt, wo so die individuelle Suchbewegung in dieser Lebensphase wahrscheinlich auch auf tief einer ganzen Gesellschaft getroffen ist und man da immer in einem direkten Austausch und direkten Miteinander Dinge verhandelt hat. Und das hat ein sehr großes Freiheitsempfinden bei mir ausgelöst, dass ich heute noch damit verbinde.